– Nein, mein Ufo-Schrott! – Hey, der Große ist schon tot. – – – – – – – so was das bin mir nicht sicher ja ich glaube jetzt kommt der endgegner come out come out I got something for ya yeah oh look at these delicious lollies oh they're so tasty yummy yeah okay that does it see what you made me do now come out or the lolly gets it Wow you can be your own planet you'd have to hold your pants up with an asteroid belt look just give me the medallion and nobody will get hurt I was sort of hoping you'd say that hey hey wait I knew it I knew it yeah so jetzt kämpfen wir gegen Prince Charm war war darauf zu sehen bette das nervige an ihm sind die spawnenden gegner ansonsten ist er gar nicht schwer ähm gone wo immerhin hat er schon etwas leben verloren geht's dir noch gut ja noch schön wo ist denn der gong der taucht da oben ab und zu mal auf hier hier da kommt der gong hier das ist ein schaden wo 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 da wo die ganzen gegner hin da da ich sehe ja ja da okay ich habe wirklich viel mehr leben jetzt müssen wir noch ein paar mal durchziehen ja es wäre und da und BÄM ähm oh man der Kampf kann lange dauern so wenig leben wie der ja mal verliert im Einzelplay äh im Einzelplayer 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 im Singleplayer ist ja viel oh oh wie versiehen wir dann im letzten letzten bei unserem Testlauf hä im allerletzten bei unserem Testlauf ok das braucht mit 400% mehr Energie aber äh der Kerl kommt jetzt ne echt ja 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 ich komme auch soll ich mal ne Serious Bomb zünden nein das mach ich ich will ich will vielleicht kriegt das was es hat nichts gebracht ok ok und dann sehen wir den Kriege bearbeiten hallo wenn man ne Granate auf dem wird verliert der kaum was jetzt reicht's raketen raketen man er ist so fett stimmt es ist klüger auf den Gong zu ballern na was machst du jetzt na was machst du jetzt boah ich schieße auf den Gong da da na das hast du schon gemacht ah alter hat der nur hier ja 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 ok der Kerl hat nen Schwanz hin damit hat Säge hier Aua 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 das Geil ist ja dass jetzt keine Gegner mehr Sporen wenigstens etwas wenn wir die ganzen Sporenpunkte für nicht oder wie ich hab keine Ahnung ok ich schieße wieder drauf BAM uh mein Name mej Aua Oh Neiin er macht mir angst jetzt erfetzt alles Ja, ist mir schon klar. So, gleich haben wir es. Los, alles rauf. Kettensägen, Power. Autsch. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020